Jo und da sind wir auch jetzt wieder auf besonderen Wunsch des Kollegen Schwarzfachers. Wollten wir jetzt mal hier gucken, wie man das Wetter dann hier beeinflussen kann. Wir haben jetzt hier gerade mal halb elf, gebrochene Clouds und können die jetzt hier auf Knopfdruck verschwinden lassen. So ziemlich. So, wir fahren ein bisschen später, dann ist die Sonne ein bisschen tiefer. Jetzt können wir natürlich auch hier ein bisschen Nebel dabei reinkommen lassen. Man sieht das schon ziemlich geil aus. Drehen wir gerade ein Röntgen. Mit dem Geimann geht die 4. Wer noch Braver es noch nicht erkannt hat. Oh, ganze Sache. Jawohl, Hörner ausnutzen, mehr Strecke. 3-Wide, 3-Wide. So gerade noch. So wenig FFB mag ich hier. Fünf dabei. Jawohl. Schottisches Wetter, so muss ich jetzt sagen. Und natürlich die E-Sports-Nahe, nicht zu vergessen. Oh, jetzt zündet hier wir ein bisschen hell, Junge. Okay, reingreifen. Aber wieder ein bisschen Bewirkung. Lieblings rein in. Hab ich. So, und wenn es so schön ist, können wir uns mal kurz in die Nacht reinlucken. Oh, mit einer Hand. Halleluja. Licht an, bitte. Es ist zu dunkel hier. Ja, das ist dieser eine Filter. Hier auf die linke Seite. Nicht wirklich heller, ne? Erzeit. Ja, wie sonst. Es ist heute frisch gekommen. Die Filter sind noch nicht angepasst. Trotzdem sieht das schon sehr geil aus. Jo, meinst du watching. Achso, es wird noch Regen. Geht auch noch kurz hier. Und dann fängt es auch schon an zu schiffen. Links aufpassen. Die Regenreifen. Nein, nein, die hat er nicht. Ich hab noch nicht mal hier Regenwischer. Okay, hätte klappen können. Schade, schade. Oh, ja, Licht hier. Licht für die Gicht. Danke, dass du siehst. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Et Gabala.